Vor dem Spiel wurden an die Zuschauer Berliner verteilt. Das Gebäck sollte Berlin assoziieren. Das große Ziel der Stuttgarter Kickers. Aber hundertprozentig daran geglaubt, haben sicher nur wenige der 10.500 Zuschauer. Und so manch einem blieb der letzte Bissen fast im Hals stecken, als die Düsseldorfer bereits in der vierten Spielminute fast das 0 zu 1 erzielten. Gute Düsseldorfer Aktionen hatten allerdings gestern auf dem Kickersplatz Seltenheitswert. Nach einer Viertelstunde das 1 zu 0 für die Stuttgarter Kickers durch Frank Elzer. Toni Baffo hat den Ball und spielten im Flug, also als Flugballer von Dirk Urtenbach. Und der hat ihn mit dem rechten Bein abgelegt und wir haben halt Volley genommen. Und ich muss sagen, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, es war abgesprochen. Wir haben das vor dem Spiel gesagt, dass wir also mit Kopfbälle keine Chance haben. Wir werden versuchen, die Spitzen vorne in den Fuß anzuspielen und die sollen dann versuchen, den Ball abzulegen. Ich meine, dass es natürlich, ich glaube, im ersten Mal so hervorragend geklappt hat, ist eine gute Sache. Der Hansi Müller widmet seine Tore immer jemandem. Wem widmen Sie Ihre Tore? Ich würde sagen, mir selber, weil ich schieße relativ wenige. Und da freue ich mich also, wenn ich selber mein Tor mache, freue ich mich schon. Nur selten stand unsere schwarze Perle, Antony Baffo, untätig herum. Er kämpfte, rackerte, vorbildlich und beinahe hätte er das 2 zu 0 erzielt. Antony Baffo, 21 Jahre, in Deutschland geboren. Sein Vater ist ghanesischer Diplomat in Bonn. 2 weg! 2, Normandio! Halbzeit! 1 zu 0 zur Pause. Für die Kickers war Berlin schon etwas näher gerückt. Und Baffo meldete sich auch im zweiten Abschnitt stets zur Stelle. Dass er auch technisch versiert ist, zeigt diese Szene. Die Stuttgarter beherrschten ihren höherklassigen Gegner in allen Belangen. Ein Fehler vom Düsseldorfer Keim, das 2 zu 0, die Vorentscheidung und das schönste Tor des Tages. Kmietschik, Vollmer, Kmietschik. Ich war auf der linken Seite gestanden. Und der Winkel war für mich also wesentlich schlechter. Und der Kasi ist gleich durchgelaufen, hat vielleicht einen Meter Vorsprung gehabt. Und deshalb habe ich den Ball gleich in die Mitte weiter prallen lassen. Und hat ja gezeigt, dass er auch noch ganz schnell ist mit seinen 35. Er musste dann quasi laufen, oder? Ich habe ihn praktisch gezwungen. Hat er zu Ihnen was gesagt? Nein, nein, er kann ja kein Deutsch. Aber er hat sich bei mir bedankt für die Vorlage. Auf Polnisch dann, oder? Ja, es gibt einem halt die Hand und das ist international. ZUKAWE! 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 Ich muss sagen, es war ein super Tor. Das erste war ja auch schon nicht schlecht rausgespielt. Aber ich meine, in dieser Situation nochmal quer zu spielen. Ich glaube, dass 99 von 100 Spielern den Pass selber mitnehmen und versuchen, da selbst ein Tor zu machen. Und eben nicht den Pass zu spielen, den den... Sie sind auch zum Arbeiten hier, gell? Sie müssen zugucken, oder? Ja, klar, aber deswegen kommen Sie sich auch begeistern. Vor allen Dingen dann, wenn man einfach sieht, dass der Erstligist zum Zweitligisten degradiert wird und plötzlich der Zweitligist so spielt, wie der Erstligist. Wenn die Kickers jetzt nicht total einbrechen, konditionell einbrechen, dann sollte eigentlich nichts mehr passieren. Im Gegenteil, da machen die ja nur das Dritte. Und Paule hat ihr Recht. Kurtenbach, Pokaltore sind seine Spezialität, macht wieder eins, die Entscheidung, das 3 zu 0. Ich habe wieder ein Tor gemacht, mein Siebel ist im Pokal. Ich bin natürlich sehr glücklich heute. Wie war es denn? Können Sie es erzählen? Sie sind allein aufs Tor zugelaufen. Wir waren zwei gegen zwei, der Ralf Vollmer und ich. Ich habe einen Doppelpass gemacht, bin ich alleine aufs Tor gegangen, habe geschossen vom 16-Meter rum und da denkt man drin. Aber so einfach, wie Sie jetzt hier plaudern, ist es ja wohl nicht, oder? Ja, einfach war es nicht, sicherlich nicht. Die Spur, die Kräfte ließen schon langsam nach, aber ich habe draufgehauen und da denkt man drin. Haben Sie gedacht, die sind stärker, die Düsseldorfer? Ja, also wir haben ein bisschen mehr Angst gehabt, als vor Frankfurt, muss ich sagen. Hinten der Ball, lieber Mensch! Hinten der Ball! Der Schlusspfiff in Gegerloch. 3 zu 0 gewonnen, der blaue Traum wurde Realität. Und alles war aus dem Häuschen.